Das ist ja auch zu wild, wenn so viele da sind. Kasia, nicht so wild. Ihr kennt den noch nicht. Suri, lass den Kleinen. Das ist ja erstaunlich. Die haben Nuris auf den Kicker. Beide. Suri! Suri, aus! Nicht so doll. Hallo, Marock. Feiner. Super, Feiner. Suri ist Marock, ne? Erstaunlich, ey, dass sie immer platt machen. Das ist Angus, ja fein, das ist Angus Suri. Hey Tascha. Die mögen beide aus irgendwelchen Gründen den Nubis nicht. Ich weiß es nicht, also Nubis, der drängt sich zu sehr auf, habe ich so das Gefühl. Ist gut Suri. Pass auf, dass er nicht in das Loch da reinfällt. Also Suri kennt Tascha, Shadow und Marock natürlich, der hat auch geschlafen letzte Nacht hier. Zum ersten Mal allerdings auch. Nubis kennen die beide noch nicht. Oh, jetzt hat der Kontakt aufgenommen. Oh, pass auf, dass du da nicht ins Loch fällst, kleiner Mann. Jetzt will ich sie spielen. So, wo seid ihr? Hier geht der natürlich anders. Ja. Wo sind die jetzt? Na drüben. Der andere Nubis, der muss ganz schön herhalten hier. Boah, ist das ein Gewusel. Ja. Ja, ne? Ja, der hat... Ja, der hat...